Glanz und Elend Deutschlands erste Demokratie kannte beides. Und die Kunst war wie selten zuvor Spiegelbild ihrer Zeit. Arbeiter und Soldaten, der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Not und Elend. Schon als sie ausgerufen wird, ist die Weimarer Republik kaum von Optimismus begleitet. Ein Großteil der Menschen lebt in bitterer Armut. Prostituierte und Legionen an Kriegsversehrten prägen das Bild der Großstädte. Der Maler Otto Dix hat den Krieg an vorderster Front miterlebt. Seinen Kriegskrüppeln fehlen Augen, Arme und Füße. Ganz schön zynisch, dass sie ausgerechnet an einer Schuhmacherei vorbeimarschieren. Weil viele Männer nicht arbeiten können, sichert die Frau das Überleben der Familie. Nicht selten, indem sie sich prostituiert. Schonungslos spiegelt die Kunst dieser extremen Bedingungen wieder. Doch sie zeichnet auch ein würdevolles Bild der neuen Ernährerinnen. Wie das der selbstbewussten Lissi. Oder der kumpelhaften Margot, bei der nur das Make-up den geächteten Beruf andeutet. Einige wenige dagegen profitieren vom Elend und lassen es sich so richtig gut gehen. Nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs flüchtet sich Deutschland ins Vergnügen. Besonders in Berlin. Zeugen der Party sind Künstlerinnen wie Jeanne Mamen und Dodo. Ihre Werke zeigen das neue weibliche Selbstverständnis. Aber auch die Schattenseiten der Scheinwelt. Die Dame in Logenlogik ist mindestens so elegant wie desinteressiert. Währenddessen brodelt es im Land. Politische Agitatoren setzen der Republik zu. Einerseits von links. Wählt Kommunisten! Es lebe die Diktatur des Proletariats. Andererseits von rechts. Der Tag ist nah, an dem Adolf Hitler die Macht in Deutschland in seine Hände nimmt. Erstaunlich früh erkennen die Künstler die dunklen Vorzeichen. Lea Grundig und andere sehen sich als aktive Mitstreiter im Klassenkampf. Auffällig viele der politisch engagierten Künstler sind Künstlerinnen. Das sogenannte Frauenfragen zu politischen Debatten werden, lässt die Kunst nicht kalt. Lotte Laserstein, Alice Lex-Nerlinger oder Karte Dean Bitt greifen Themen wie Abtreibung und sexuelle Orientierung auf. Und sie zeigen ein neues, selbstbewusstes Frauenbild. Zwischen 1918 und 1933 entwickelte sich die Industrie rasend schnell. Wissenschaft und Forschung waren so erfolgreich, dass jeder dritte Nobelpreisträger aus Deutschland kam. Und das Radio wurde als neues Massenmedium das Tor zur Welt. Die Weimarer Republik war eine Zeit mutiger Ideen und starker Persönlichkeiten. Die Kunst war ihr Spiegelbild. Aber Deutschlands erste Demokratie hing am seidenen Faden. Und findet im Nationalsozialismus ein bitteres Ende. Untertitelung des ZDF, 2020